Mein Name ist Hilmar Spurhan. Ich bin wohnhaft in Österreich, in Dornbirn, habe davor ein halbes Jahr in der Schweiz gespielt und war davor in Bregenz. Meine Position, also ich bin eigentlich flexibel, aber eher in der Offensive, also auch Stürmer. Was führt dich aus Österreich jetzt direkt nach Memmingen? Naja, also mein Ziel war es schon immer in Deutschland zu spielen. Mit Schweiz und Österreich habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, aber Deutschland ist ein anderes Kaliber, meiner Meinung nach. Und es ist einfach attraktiv, die Liga, das Umfeld ist super und auf das freue ich mich eigentlich am meisten. Was erwartest du dir persönlich? Also persönlich ist erstmal, es ist natürlich für mich eine ganz andere Welt, also mit dem Tempo, mit dem körperbetonten Spiel. Ich muss da erstmal reinkommen, ich brauche da allerdings nicht lange, glaube ich. Mein persönliches Ziel ist, Stammspieler zu sein und eigentlich der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen. Und über die nächste Saison, sag ich jetzt mal, sportliches Ziel? Also sportliches Ziel ist, mein persönliches Ziel ist definitiv, Profi zu werden. Und natürlich auch das Ziel mit dem Verein einfach versuchen zu erreichen. Das heißt einfach die Jungen und die neuen Spieler so gut wie möglich zu integrieren. Da versuche ich auch persönlich das Beste dazu beizutragen. Wenn du dich davon anschauen oder disorders hast, darfst du dich dazu ab。